Ein Nissan Patrol ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem großen schwarzen, fünftürigen, SUV Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 47.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2008. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, elektrischer Seitenspiegel, ABS, Leichthyper, Felgen, Zentralverriegelung und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 160 PS. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017